Hallöchen und Willkommen zu einem weiteren Video auf meinem Kanal. Schön, dass du da bist. So. Perfekt. Ja, es macht richtig Spaß. Hallo. Einmal Tageskarte. So. An der Uhr 6 saß ich acht Wochen dran. Oh. Oh. Nicht schlecht, Herr Specht. Ja, du bist ja auch so der Erz. Ja, auch du erst mal. Schönen guten Tag. Schön, dass du da bist. Aber ich nehme mich was noch. Hey, ein Jot, der fährt, der ist ja unglaublich. Der hat da seinen Führerschein gewonnen, oder was? Ist aber nicht original gebaut. Ja, passt doch. Nächste Haltestellung. Geräusche. Zentrum Annenstraße. Die Zwischenhalde muss ich nur noch... Okay. Na gut, ist auch nur schlecht. So. So. Okay. Lass ich aber wieder einiges vor, Lukas, ja? Hallo. Guten Abend. Ich hätte gern eine Tageskarte. Boah, hier Matthias Geruch. Nächste Haltestelle, die Rollstelle, Flödinghanshof, Stolbergallee. 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 Das ist echt ein Spiegel da unten nicht. Was hättest du gerne? Ja was hast du denn? Jeder kennt den der Schnellste Volote, ist nicht der Schnellste. Ich hätte um 28 hast du dich. Guck mir mal die Linie bitte dazu sagst. Ja, kann ich nur den Umlauf sagen, ist Umlauf 114. Habt ihr ja alles am Umlauf aufgelistet. Wenn ihr mal eine Starthaltestelle und eine Endhaltestelle sagen. Riesstallee und Westgewerbegebiet wäre das. Gibt es noch was? Dann kann ich dir hier die Riedingshausen Wendeschleife nach Geräuschstein Bahnhof C anbieten. Noch was? Kleinberg Bahnhof Fauna Ameling Dietrichplatz. Wie lange geht die? Als 0.15 Uhr. Na dann fangen wir auch da mit an. Na dann geb ich dir die. Jawohl. Willst du ein Bus gebietet haben? Ja bitte. Kannst du noch einen Moment, kannst du machen. Okay, ich melde mich. Jo, alles klar. Gut, Farbe. Wie geht's? Tschö. Hallo, ich hätte auch gerne eine Tour und zwar würde ich gleich die nehmen da von Riedingshausen Wendeschleife. Riedingshausen Wendeschleife. Moment, musst du erst mal suchen gehen, dann ist es auch da besser. Ähm, da ist sie. Guten Abend. Guten Abend. Gut, Dankeschön. Kein Problem. Gibt sich auch dir eine gute Phase. Männer, auf jeden Fall schön, dass so viele mitmachen. Freut mich wirklich. So. Hallo. Hallo! Einmal Kurzstrecke bitte. Danke. Eine Fahrkarte bitte. Dankeschön. Tschö. Jetzt Ich würde gerne auch so gerne mitfahren Ja okay, das ist halt schade Okay So. Ja, Schatz, ich bin hier gerade am Fahren. Das geht gerade schlecht. Schauen wir es später an. 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 dass du einen Rückläufer kriegst. Jawohl. Einen Moment. Immerhin geil, ne? Du setzt mich doch einmal um zu am Julius Turm. Roger, verstanden. Wettbewerb, die 102. Oh, jetzt weiß ich, der wir überschlagen. Entschuldigen Sie, ich wollte gerne eine Fahrkarte haben. Danke. So. Guten Abend. Guten Abend. Ja, sollst du willkommen. Ähm, um 28 hätt ich noch was frei. Ja, fast. Da gebe ich dir die. Bin zum Bus gemietet haben. Ja, das wäre nett. Okay, hast du recht dazu? Ja, ich stande dir. Kein Problem. Warten wir es in der Linie, weißt du, das ist aus dem Kopf gefahren? Nee, das kann ich dir aus dem Kopf nicht sagen. Ich habe da Gerolstein-mäßig noch gar keinen Durchblick. Alles klar, gut. Ich stande dir. Ähm, ciao. 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 Hallo. Hallo. 102 für Leitstelle. Kannst du mir gerade noch die Linie und den Umlauf sagen? Linie und Umlauf? Sag mal, sag mal deinen Fahrplan, den Umlauf. 119. Von wo bis wo? Äh, Julians Turm. Ich würde mich mal hingucken. Ja. Ja, hallo? Ja, hallo? 80105. Verstanden. 102, danke. Ja. 80105. 80105. Ich glaube, der Vladimir hat Probleme mit seinem Mikro. Ja, guten Tag. Was kann ich dir anbieten? Ähm, ich hatte kein Problem. Äh, ja, alles gut. Kann passieren. Ähm, ja, ich bin die noch nie gefahren, könnte mir irgendeine Linie geben. Ja, ich kann dir... Ja, ich kann dir... Und jetzt gibt es einen Bus mit mir. Ähm, ja. Ja, kannst du auch bekommen. Ähm, ich kann dir um 21.42 die nächste Fahrt gehen. Ja. Für den Strafe, Gewerbegebiet nach Gerolstadt Warnow. Ja, das gibt mir irgendwas, ich kann mir hier gar nicht aus. Das ist auch drin. Es ist egal, ob alle 1 oder 2. Kann sich eigentlich abstecken. Ja, fahre ich hier. Ah, ja. Ich kann nichts drücken. Schmeck mal vor. Ach, jetzt. Wohin soll ich hin stellen? Es ist egal, ich seh ihn nur. Dann mach ich mal Halle 2, wenn es bei euch okay ist. Jaja, ich verkeh. Okay, dankeschön. Kein Problem. Gut Fahrt. Danke. Schön. Gefällt mir. Ich glaub, wir stopfen noch 2 Stunden noch drauf, ha? Nein, passt schon. 5 Minuten haben wir noch, okay. So. Du. Hast du vorab gute Arbeit geleistet, mein lieber Justin, ey. Danke. Geht richtig gut ab. So, ich suche aber grad was. Oh Gott. Also das lass ich auf jeden Fall ungeschnitten auf YouTube. Ich hab damit kein Problem, glaub ich dir. Glaub ich dir, so. Das freut mich auf jeden Fall. Okay, nicht schlecht. Okay, nicht schlecht. Warte mal, ganz kurz. So, alles klar. Kurz vorm Schlamm mach ich dann wieder an. Haha, das passt ja. Passt ja. Passt ja. So, ja, schauen wir mal wie das ist, ne. Also ich freu mich auf jeden Fall, dass so viele da sind. Gerade mit der Karte vor allem, ne. Also das ist richtig nice. Dann vier... Dann vier... Dann... Einen 24er mach ich. Oh, wow, okay. Von acht... Von acht... Acht von 16 Leuten bis jetzt... Ja, das ist auf jeden Fall... Die freuen sich, wenn sie... Wenn sie auf YouTube sich dann hören dürfen, ne. Also ich nehm... Ich nehm die komplette Leitstelle auf, ne. Ich nehm die komplette Leitstelle... Ja. Puh. Junge, Junge. Was haben wir da noch? Da ist es doch. Weißt du, was leider schade ist? Ich wollte eigentlich schon längst auf YouTube... Da hätten wir es mit YouTube direkt live verbinden können. So. Zwei Minuten haben wir noch. Dann können wir auch losdackeln. Er. Mann, 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 Mann. So. Bam, ba-ra-ba-bam. Auf geht's. Muss mal gucken, dass dann, wo später dann ein Cut ist. Dass wir dann quasi die Informationen mit unten reinschreiben. In die Videobeschreibung. Wenn dir dieses Video gefallen hat, freue ich mich, wenn wir uns in der nächsten Folge wiedersehen. Bis dahin, habt noch einen schönen Tag. Bis zum nächsten Mal, euer Bartalo. Ciao, ciao.